Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Pantigau und Horgamos, dieses Jahr war für uns eine große Herausforderung. Um trotzdem die Gemeinschaft der Musikerbönen aufrecht zu erhalten, haben wir alle Möglichkeiten genutzt, gemeinsam oder in kleinen Gruppen zu musizieren. So überbringen wir auch heuer die musikalischen Neujahrsmünsche online. Wie ihr zu den Beiträgen kommt, ist auf der Postkarte, die die Musikerinnen und Musiker in den letzten Tag verteilt haben, beschrieben. Hört euch an, es ist sicher für jeden was dabei und ich darf mich auf dem Weg auch gleich für die freiwilligen Spenden bedanken. Abschließend möchte ich mit einem kleinen Gedicht. Im Kostendrin, so lang wie es es tut, liegt ganz verlassen mein Musehurt. Er denkt sich, was ist bloß los heuer? Hat er vielleicht ein Hurt ein neuer? Nein, nein, mein lieber Musehurt, mir geht's wie dir ja auch nicht gut. Ich würde gern mit dir durchs Dorf marschieren, ins Festzett ein und musizieren. Aber das geht heut heuer nicht. Mir wird das auch schön langsam zu blöd. Ich setz mein Hut auf, in der Sturm herein, wenn auch meine Frau schon meint, dass ich spinne. Nehm das Instrument und spüle einen Marsch. Der Virus legt mich doch am A. Ein Balker und ein Walzer drauf, schon kommt gute Stimmung auf. Das Heimatland, spüle ich zum End, ist brennend Lippen, woggen zähnt. Weil, und das haben die Virologen noch nicht kapiert, der blöde Covid auch den Ansatz ruiniert. Da hilft nur das Üben, ist auch gleich und das ist sicher nebenwirkungsfrei. In diesem Sinne wünschen wir euch ein gesundes und Geht's next year 2021. Prost!